Ginrin Tanjo Kohaku von Teradomari 70 cm frischer Kosei im Waldblick 70 cm ein sehr gutes Maß hat super Ginrin einen tollen Tanjo, guten Body ist 4-5 cm gewachsen also 75 cm, 80 cm kann der noch schaffen Teradomari hat sehr sehr gute Ginrin mit einem tollen Glanz und das Ginrin hält auch sehr lange